Obwohl wir Vegapunk erst seit dem Egghead-Ark so richtig kennen, ist der Einfluss, der von ihm ausgeht, schon viel früher spürbar gewesen. Und heute werden wir uns mal anschauen, was wir so bemerkt haben von Vegapunk, was er denn so alles getan hat. Und explizit geht es natürlich um die Seraphine-Erfindung. Diese ist immer noch sehr, sehr geheimnisvoll. Ich will dieses Geheimnis langsam aufdenken und euch zeigen, worum es in Egghead denn so wirklich geht. Denn Oda hat sich in diesem Arc an einem bestimmten Arc von seinem Lieblings-Anime inspirieren lassen. Es wird sehr, sehr interessant. Wir werden auf dieses Thema zu sprechen kommen. Höchstwahrscheinlich kommt am Morgen dieses Video zu der Inspiration. Heute will ich euch echt mal zeigen, wie denn die Stufen waren, bis die Seraphine schlussendlich erfunden wurden. Deshalb Freunde, wenn ihr weiterhin Nix to One Piece verpassen wollt, immer up to date bleiben wollt und natürlich interessante Themen haben wollt, über die ihr mit mir reden könnt, Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und eure Meinung ist immer gerne gesehen in den Kommentaren. Ich lese mir alles durch. Es ist so, Freunde, dass wir anfangen mit dem Bauplan des Lebens. Vegapunk wurde damals von der Weltregierung quasi einkassiert. Er wurde irgendwo auch gezwungen, für die Weltregierung zu arbeiten, weil er anscheinend den Bauplan des Lebens analysiert hat. Es ist quasi eine Anleitung, wie man Leben erschaffen kann. Er hat anscheinend von dieser Anleitung die Idee, dass man halt Menschen oder besser gesagt Seraphine erschaffen kann. Das war der Grundbaustein, den er brauchte, um heute die Seraphine erschaffen zu können. Er hat viele Experimente an verschiedenen Rassen, Menschen und vielen mehr durchgeführt. Wir haben gesehen im Flashback von King. King ist ein Lunaria. Eine sehr, sehr seltene Rasse ist das. Und Vegapunk hat mit ihm Experimente durchgeführt und hat dabei gar nicht auf die Moral geachtet. Ihnen schien der Fortschritt mehr wert zu sein als die Moral. Wir haben hier also einen wahnsinnigen Wissenschaftler in One Piece, der auf jeden Fall nicht netter als Chisa Clown ist. Er ist auf jeden Fall auch ein Psychopath. Und meiner Meinung nach ergibt es keinen Sinn, wenn Ruffy jetzt hier vor Vegapunk Gnade walten lässt, aber bei Chisa Clown so getan hat, als wäre Chisa ein sehr, sehr gestörter Typ. Also das ergibt für mich keinen Sinn, wenn man das jetzt macht. Man sollte hier auf jeden Fall auch auf den Aspekt zu sprechen kommen, dass das, was Vegapunk macht, um den Fortschritt zu halten, gar nicht klar geht. Die Seraphine scheinen Kinder zu sein und vielleicht sind das wirklich Kinder gewesen, die gelebt haben und wurden vom Vegapunk in diese Seraphine umgeformt. Wir bekamen immer mal wieder etwas mit vom Vegapunk, ob er jetzt Marine Schiffe ausgerüstet hat mit Seestein, damit Seekönige sie nicht angreifen können oder auch kleine andere Erfindungen. Aber die erste richtig große Erfindung, die auch in der One-Piece-Welt für Aufruhr gesorgt hat, sind die Pazifister gewesen, die wir in Sabo Diashipil kennengelernt haben. Das Besondere war, sie sahen exakt so aus wie einer der sieben Samurai der Meere, Bartholomeos Bear. Das Interessante hier ist, dass die Pazifister wirklich 100% aus Metall und anderen Rohstoffen bestand. Es waren also keine menschlichen Körper, es waren wirklich Cyborgs. Also man könnte sogar sagen, das waren echte Roboter und bei den Seraphinen haben wir jetzt die Entwicklung, dass das anscheinend echte Lebewesen sind. Das ist nochmal eine Stufe drüber. Und die Pazifister, wir wollen nicht darüber reden, was für einen Schaden sie angerichtet haben. Im Marinefortkrieg, die Alliierten von Whitebeard hatten alle Hände voll zu tun und sogar für starke Charaktere waren die Pazifister ein Hindernis. Doch wie konnte Vegapunk von dem Pazifister hoch auf die Seraphine? Das ist ja schon eine ziemlich große Änderung. Während des Timeskips haben sich einige Dinge getan, von denen wir nur grob was mitbekommen haben. Wir haben diese Dinge jetzt auch auf Aircat gesehen. Und zwar rede ich von exakten Klonen von Menschen. Wir haben Stussy kennengelernt, damals auf Holkirk Island. Und Stussy ist wohl in Wahrheit ein Klon von Miss Bucking, welcher ein ehemaliger Rockspirat war. Vegapunk hat es irgendwie so eingefädelt, dass Stussy sich in der Cypher Pole Ages Zero einbinden kann und dort als Spion für ihn gilt. Und das ist schon heftig. Das ist eine sehr, sehr krasse Nummer. Anscheinend hat Stussy so lange existiert, dass sie das Vertrauen von den CP0-Agenten auch gewinnen konnte. Sie ist wirklich ein Urgestein und die Leute haben ihr anscheinend wirklich vertraut. Da fragt man sich, wie viele Jahre existiert Stussy? Also wie lange ist es her, seitdem Vegapunk diesen Klon erschaffen hat? Wir wissen, es ist schon einiges an Zeit vergangen, seitdem unser Freund Abel in dem Labor von Vegapunk war und dort mit ihm Experimente durchgeführt wurden. Also kann man sagen, okay, Vegapunk konnte die Klone vielleicht schon vor ungefähr 15 Jahren erschaffen oder 20 Jahren. Und diese Klone, die sind extrem stark, denn es gibt noch einen von ihnen. Und dieser Klon ist uns allen bekannt, denn er ist auch einer der neuen Sieben Samurai der Meere gewesen. Und hier haben wir wirklich einen Knackpunkt. Und zwar ist es so, dass die Weltregierung natürlich irgendwo auch Vegapunk finanziert. Und vielleicht musste Vegapunk beweisen, dass seine Idee mit den Seraphien auch wirklich Hand und Fuß hat und das Ganze der Weltregierung helfen kann. Und der Beweis dafür war, dass er es geschafft hat, einen Klon zum Sieben Samurai der Meere werden zu lassen. Und dieser Klon ist niemand geringeres als Edward Weevil, der Klon vom stärksten Mann der Welt, Whitebeard. Dass Miss Bucking und Vegapunk irgendwo mal zusammengearbeitet haben, sollte jetzt kein Geheimnis sein. Denn wie sonst sollte Vegapunk an die DNA von Whitebeard rankommen, wenn da Miss Bucking nicht irgendwie behilflich wäre und vielleicht einen Besuch bei Whitebeard abgestattet hat, um ein Haar oder irgendwas anderes von diesem zu bekommen. Der Grund, warum Miss Bucking Edward Weevil bekommen hat, ist, damit sie Edward Weevil auch leitet, damit dieser dann auch Sachen macht, die dazu führen, dass er einer der Sieben Samurai der Meere wird. Gleichzeitig konnte aber Miss Bucking auch ihr Ziel verfolgen und zwar das Two-Piece zu finden, also den großen Schatz von Whitebeard quasi, der dahinter Roger steht. Also bei Stussy konnten wir sehen, dass sie anscheinend einige Fähigkeiten von Miss Bucking übernommen hat. Und wir wissen nicht ganz genau, ist das jetzt eine Teufelsrucht gewesen oder nicht, aber auf jeden Fall sieht sie so aus wie ein Vampir, konnte anscheinend auch Blutsaugen. Es ist so, Freunde, dass unser Freund Edward Weevil immer noch ein Geheimnis ist. Wir wissen nicht, ob er eine Teufelsrucht hat oder nicht, aber es würde einfach nur logisch sein, wenn Edward Weevil eine Teufelsrucht hat. Denn wir haben jetzt hier bei den Seraphinen Teufelsfrüchte, dann, dass das auf jeden Fall menschliche Körper sind und zum anderen, dass sie diese Lunaria-Fähigkeiten haben. Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, dann würde die Lunaria-Fähigkeit wegfallen, aber die Teufelsrucht und der menschliche Körper würden bleiben. Das würde also Sinn ergeben, dass Edward Weevil auch eine Teufelsrucht hat, aber ob das jetzt wirklich auch die Teufelsrucht von Whitebeard ist, das ist ein ziemlich großes Geheimnis, Denn die Erdbebenfrucht scheint eine Götterfrucht zu sein, also die vom Erdgott und ich würde sehr schwer behaupten, dass man das so einfach imitieren kann. Aber eine ähnliche Teufelsrucht ist da definitiv drin, vielleicht eine Teufelsrucht, die in Richtung Full-Counter geht, also wenn man zum Beispiel Edward Weevil versucht zu schaden, kann er den Angriff zehnmal so stark wieder zurückgeben. Also wer, ich denke mal, das System von Counter kennt, der weiß wohl, was ich meine, man könnte damit auch Erdbeben und so weiter auslösen. Vegapunk ist unberechenbar. Er hat zugelassen, dass Edward Weevil Sephir, eine Legende der Marine, angreift, ihn einen Arm abschneidet und seine Rekruten auch quasi auslöscht. Dann hat aber Vegapunk Sephir quasi geholfen, einen neuen Arm zu bekommen. Das ist doch crazy. Also zum einen führt er dazu, dass Sephir einen Arm verliert, aber baut ihn dann einen neuen Arm. Denn die Person, die Sephirs Arm abgehakt hat, ist Edward Weevil. Und der Grund, warum Sephir die Marine verlassen hat, ist, dass er mitbekommen hat, dass die Person, die ihm den Arm abgehakt hat, zum Samurai der Meere quasi befördert wurde. Und das hat ihn gestört und deshalb wollte er die Marine verlassen und das ist auch eigentlich die Storyline in One Piece Film Z, dass er eine neue Marine gründet und die alte auslöschen will und eine Welt ohne Piraten haben will. Das ist ziemlich interessant. Auch wenn Film Z nicht Canon ist, ist Sephir Canon und das hat auf jeden Fall einen interessanten Nebenbeigeschmack, wenn man bedenkt, okay, so eine Legende, die so viele starke Marinesoldaten hervorgebracht hat, wurde von Edward Weevil quasi fast getötet. Und die Schuld hat niemand Geringeres als Vegapunk. Nachdem Vegapunk die Forschungsgelder von der Weltregierung bekommen hat, dadurch, dass er gezeigt hat, ey, schau mal, wie effektiv ich bin, hat er die Seraphine endlich erschaffen können und wir befinden uns jetzt im Erkert-Ark. Und im nächsten Video kommen wir darauf zu sprechen, wo denn die Inspiration für diesen Ark herkommt. Es wird sehr, sehr spannend, denn Vegapunk, so wie ihr es auch raushört, ist eigentlich nicht kerngut. Er ist irgendwo auch zu verrückt, um es irgendwie wahrzuhaben. Und wie Ruffy damit umgehen wird, darauf bin ich gespannt. Schreibt ihr gerne in die Kommentare eure Meinung zu dem Ganzen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Kozuki, One Piece.